Jo Leute und damit willkommen zurück zu Spark Challenge! Joho! Der Flash ist wieder nicht dabei. Nee, heute ist Gustav dabei. Gustav die Gans. Ja, Gustav Gans. Da Dezentus ja der liebe Mensch wieder einen Dschungel gefunden hat, muss jetzt mein Risiko auch einen gewinnen und auch einen Dschungel finden. Hey. Da hat das lange geradeaus Rennen sich gelohnt. Ja, und jetzt für Spaß geradeaus rennen in die andere Richtung. Ja. Was ist denn Blumen? Aber erstmal muss ich einen Ozzelot finden. Ja, finde er ist meins, hoffentlich nicht. Nee, Gustav Gans aus Entenhausen? Ja. Hey, Mickey Maus. Ich glaube, du musst wieder über Berge gehen. Andrea Berg bist du. Nee, bin ich nicht. Bin ja keine Frau. Ich komme mich wohl auf den Namen. Keine Ahnung, sei ruhig. Komm, wir besteigen Berge oder Alpen. Was ist das? Ey, komm, da kann ich dich schon aufziehen. Ja, ich weiß. Du ärgerst mich ja auch. Du ärgerst mich ja auch immer. Wetten, ich finde hier kein Ozzelot. Hoffentlich nicht. Mit meinem Glück. Irgendwie leckt hast du sie gerade so ein bisschen im Dschungel. Ja. Ach, für Glück habt. Und es leckt hier echt so ein bisschen im Dschungel. Ja, das wird ja irgendwann sein. Boah, das ist ein bisschen heftig gerade. Toll, jetzt findest du wieder eine Kackwüste hier. Aber Pyramide wäre jetzt gut zu finden. Boah, hör auf zu laggen, echt. Was machst du denn gerade? Oder ist das gerade irgendwie updaten oder so? Das kann natürlich auch sein. Nö. Oder irgendwie im Virenprogramm schießt gerade bei dir durch. Nö, nö. Habe ich auf Spielmodus gestellt. Achso. Und das und Melon. Melon, Smellon. Boah. Durch die Wüste. 140 FPS. So. Ja. Aber das liegt immer noch. Ich lasse ihn immer auf 60. Ja! Ist das eine Pyramide? Juhu! Ja, freut dich doch. Ich habe die schon lange gefunden. Ja, und? Aber die sieht man kaum. Boah, ist das... Das ist aber gemein. Du siehst nur gerade die orangene Wolle. Ja, ne? Schön, ne? Geil. Ich glaube, das liegt echt am Dschungel, dass er so kacke lädt. Weil hat er ja ganz zeitlich gehabt. So, wo war die Druckplatte? Oh, da hat sich bei mir doch was gestartet. So, Leute, ich muss mal ganz kurz gucken. Guckt er eben. Boah ey. Das leckt er wie bekloppt gerade. Gold, Gold, Eisen, Eisen. Ja, meine FPS. Die packen voll rum gerade. Emeralds. Emeralds Knochen, Knochen. Gold, Gold, Eisen, Knochen. Ich finde hier echt kein Ocelot oder was? Nice. Mann ey. Die Knochen hast du jetzt da drinnen, ey. Ohne Witz. Braucht keine Menschheit. Ach, stirbido. Da kann ich ein Ziel abhacken, oder wie war das? Finden sie ein Wüstentempel? Nein, kannst du nicht. Oh yes. Weil du so schlecht bist. Oh yes, baby. Pick dich, Flash. Nee, 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 nee. Oh, da kommt Sand drunter. Aua. Den würde nur noch, wenn ich mit einmal so ein Dschungelcampel befinden will. Ja, aber das ist ja auch kein Ziel dafür. Wüsten oder Dschungeltempel? Ja, oder. Und du hast ja auch schon eins gefunden. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Und trotzdem würdest du dich bestimmt erinnern, oder? Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ja eins gefunden. Ach, das wird gerade dunkel. Cool. Jetzt habe ich ja eine Pyramide gefunden. Warum soll ich mich jetzt mal erinnern? Nochmal schlafen gehen. Also nicht. Ja. Vielleicht weil ich so viel finde. Aber wieso schmackt denn die FPS so rum gerade? Nee. Ach, hier ist ein Brunnen. Ich dachte schon wieder eine Pyramide. Ist aber nur ein Brunnen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das liegt echt an dem Dschungel. Ist aber dann natürlich blöd, warum das dann im Dschungel leckt. Ja, keine Ahnung. Was soll denn im Dschungel sich anders laden, als in jedem anderen Minecraft-Bio? Weiß das nicht. Ja, jetzt geht das schon besser. Ich habe gerade mal die Chancen untergestellt auf 9 oder 8, wo das eben. Ja, guck. Eins von beiden. Einmal nicht zu gemerkt. Das ist ja auch unnötig. Boah. Ja, aber immer wenn er was im Dschungel lädt, dann leckt das. 25, 23, 22 und so. Natürlich blöd. Mhm. Das ist blöd. Boah, wie groß ist der Dschungel denn? Ja, und ich bin gerade hier durch so eine riesen Wüste. Bin ich am Latschen. Ich renne da die ganze Zeit durch. Aber kein Auzerlot. Wie ist komisch dieses komische Desert-Gebiet dazu. Oh, und ich habe schon wieder nichts zu fressen. So, ähm, ja. Na? La, la, la. Toll, la, 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 la. Wow, das ist ein Skelett. Oh mein Gott. Es ist viel zu dunkel im Dschungel. Ja, das ist natürlich klar. Hoffentlich hast du kein Schwert mit. Am besten stirbst du jetzt einfach mal. Wieso, das Skelett ist doch schon tot. Schade. Arschloch. Er ist immer so ein gemeines Arsch. Nein. Doch. Ich bin ein netter Mensch. Boah, hör auf zu lecken, echt. Meine Güte. Die FBS packen immer voll rum. Das ist nur eine Insel. Da gehe ich jetzt nicht lang. Ähm, 60. Kannst du auf 6 mal runterstehen? Sonst schraub mal deine Maxi bei dieser Bild-Frame-Rate da. Nur auf 60 runter. Hab ich doch gerade schon. Komisch. Aber bei Legendflößen war man so ein bisschen. Die FBS schwankt ja auch ganz schön. Also, wie gesagt, ich lass meine Kontinu... Ich war es nicht. Ja, ich glaub, das war Johnny. Aber ich kann gerade nicht gucken. Und ich bin ja auch gleich erst weg. Ja. Ich werde er in der Sorte... Ja, zwei Stunden für den Teppich legen. Wir haben ja letztens den schon ein bisschen gelegt gehabt. Mhm. Also vieles ist dann jetzt nur noch so 20 Quadratmeter verkleben, grundieren. Ja. Wie lange wär's denn hier weg sein, ne? Nee, 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 nee. Gut, um neune kommt Freundin. Ich sag einfach, die soll sich irgendwo hinsetzen und Fernsehen gucken. Und die kann... Das wird so gemein, echt. Nee, warum? Die war schon mal hier... Ich hab dir ja so erst... Ich hab dir das direkt erzählt, was ich mache, ne? Als Hobby. Und sie so... Will ich dabei sein? Dann hab ich so... Einfach die Klappe danach halt. Ja, nee. Das ist echt... Sowas ist eigentlich schon geil, wenn die Freundin sogar dabei sein will, weil sie sowas nicht schlecht findet. Ja. Ich find sowas wirklich nicht schlecht. Ich sag mal, hab ich da noch Bekloppte auf anderen Seite, dann ist das noch schlimmer. Ach du Scheiße, ich hab so einen mit diesen großen Bäumen gefunden, jetzt. Welchen großen Bäumen? Also, Tann. Ja, die sind geil. Die Doppelten. Ja, jetzt gibt's doch dieses Dunkel. Und kein Ocelot, ne? Aber der Dschungel geht da drüben noch weiter. Scheiße. What the fuck, wie groß ist der Dschungel, bitteschön? Ich geh noch ein bisschen mit dem Schiff schwimmen. Schiffchen, 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 Schiffchen. Hoffentlich find ich jetzt gar nicht noch was. Jetzt leckt's bei mir, wenn ich auf See bin. Ja. Aber manchmal siehst du in diesen Seen diese komischen Vierecke, wo Luft drin ist. Ich weiß auch gar nicht, wie die das geschafft haben, dass das so passiert. Keine Ahnung. Da sind immer so viermal vier Blöcke oder dreimal drei Blöcke, wo Luft drin ist. Mhm. Das ist halt so, ne? Mhm. Weiß ich gar nicht, was der ist. Kannst du aber reingehen? Nee, ist nur Luft drinne. Ich bin ja schon mal so ein Ding reingegangen. So. Hm. Keine Ahnung. So, jetzt kann man wieder festlanden kommen. Och Mann, ey. Warum find ich kein Ocelot? Ich doch nicht. Da ist Festland, zumindest, dass ich schlafen kann. Hast du etwa was mit meiner Datei gemacht? Warum? Tröstlich, find auch nix. Also ich kann Ocelot finden, ey? Oh, hier ist Festland, hier kann ich jetzt mal ne Runde schlafen. Anhalten. Oh ey. Krieg echt ein, zu viel, sonst findest du immer so haufenweise Ocelots. Ja, ich weiß. Immer dann, wenn du die nicht brauchst. Komm, komm, geh doch schlafen. Da geht der Dschungel ja noch weiter. Uh, uh, uh. Komm, bitte kein Zombiespott noch. Nix gespawnt, geil. Weiter geht's in die andere Richtung. Meine Fresse. Der Dschungel ist verdammt groß. Aber ich findest kein Ocelot. Ne. Also was sagen meine Koordinaten jetzt eigentlich? Oh, 6064. F3, ne? Okay, bei mir geht's. Bei mir, ich hab 2400 und minus 3900, das ist auch schon einiges. Ja, und ich bin bei minus 287 eigentlich. Mein Home. Du weißt gar nicht, ich kenn meine Koordinaten nicht auswendig. Muss ich immer mal glauben, ob ich das so auf komplett aufschreiben. Äh, kann gucken, aber ich weiß die auch komischerweise auswendig. Ja, weil du immer anguckst, wo die sind. Ne. Habt ihr jetzt, ich glaub, zwei oder dreimal nur raufgeguckt? Ne, man merkst ja solche Zahlen. Ja. Ich merk mir sowieso generell sowas schnell. Ich sag ja nur Törtel programmieren, ne? Hm, Törtel programmieren. Das ist doch schrecklich, sei. Plup, 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 fertig. Kleine Insel, ne. Otzi, 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 wo bist du? Na, 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 wo bist du denn? Na, 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 na. Otzi, otzi, wo bist du? Oh, otzi, komm, komm, komm. Oh, jetzt ist wieder Festland. Ich könnte mal ja einfach weitergehen. Aber dann heißt es wieder Miau, miau, miau. Oh. Das wird auch auf den Geist gehen. Ja, egal, da steht nur 10. Steht nicht, dass du zu Hause haben musst. Ja. Aber ich würde schon so ein Wend zu Hause haben auch noch. Ja, dann hast du übrigens einen Creeperschutz. Ja, aber manchmal, ey, denke ich auch, ob das Creeperschutz ist, ey. Manchmal ist das auch irgendwie komisch verbuggt. Mhm. Der Jungle ist verdammt groß. Muss ich sagen. Oh, überall Wasser drum, ey. Und eine Wüste wieder. Nice. Vier Minuten. Hm. Nee. Gleich hier sofort 11. Ja, vier Minuten gleich noch. Und genau, warte, 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 ich suche sie gleich. Warte, 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 warte. Warte, Moment. Moment. Nee. Drei, zwei, eins. Jetzt. Vier Minuten noch. Boah. Und schon wieder nichts zu essen. Und wieder rein. Meine Fresse, ist das Ding groß. Gein Ocelot. Oh. Nee, aber das ist heftig. Das ist ein Jungle so groß. Das habe ich noch nie gehabt. Ja, guck dir die ganzen Biome mittlerweile an. Ja. Die du durchstreifst. Ich gehe jetzt auf die Richtung Heimwärts ein bisschen, ey. Das ist doch... Die Lauferei geht mir auf den Keks. Och. Ich habe da kein Problem mit. Meine Zuschauer wahrscheinlich ja, aber... Die haben da ein Problem mit. So richtig großes Problem. Nee, egal. Nee, egal. Klick ist klick. Du klick geiler. Nee, Spaß. Du bist richtig der klick geile. Klick, 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 klick. Lalalalalalalalalalalala. Lalalalalalalala. Alter. Das musste eben sein. Ja, ich finde sie in dauernd scharfe und so, aber... Keine Art zu laut. Was ist denn das hier für... Ist das jetzt wieder eine Insel oder... Alles ist deine Schuld, Flash. Nö. Also ich habe dein... Bei deinem Code habe ich das rausgemacht, ne? Mh, war mir klar. Ja, das ist alles deine Schuld und ich renne immer weiter durch den... Dschungel. Oh. Möchtest du eine Umarmung vor mir haben? Ach, du kannst auch abpauen. Was? So eine kleine Umarmung, damit du dich wieder besser fühlst. Was? Ich finde es immer noch heftig, wie groß der Dschungel ist. Ich finde schrecklich die Wüste gerade hier. Aber ich glaube, so langsam endet der Dschungel auch. Na, die Wüste aber nicht. Da war nur ein bisschen Wasser zwischen. Ach, ich sehe gerade, ich muss ja mal wieder was essen. Ja, das kommt nicht gut. Deswegen, ich hüpfe die ganze Zeit hier nur noch, damit ich schneller vorankomme. Mhm. Ich habe das gar nicht so wirklich gepeilt, dass ich nur noch ganz normal gelaufen bin. Merkst du, wenn du nur noch ein paar Herzen hast und dann irgendwann stirbst? Dann tut dich angeschrieben. Ja. Ja, jetzt gehe ich aber erst gleich in zwei Minuten dran. Habe bestimmt geschrieben, er ist jetzt unterwegs. Ja. Stimmt. Lalalala. Man. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum ich so scheiße auf den Sorts finde? Ne, die findest du einfach im Dschungel. 10 FPS nur noch gehabt eben. Ja, oder hast du da unten vielleicht einen Dungeon, den er mitlädt? Ne. Ich bin jetzt schon ganz schön weit gelaufen. Drück mal, warte mal, drück mal F3 und sag mir mal E, was E bei dir ist. Wenn du nach unten guckst oder so. Einmal um die Umgebung. E? Ja. Ist ziemlich weit oben. Minecraft, da kommt erst Minecraft-Version mit FPS. Ja, ich weiß. E ist 12, 13, wenn ich nach unten gucke. Guck mal, irgendwann nach unten. Oder beziehungsweise an Stellen, manchmal wenn es leckt oder so. Kann natürlich sein, dass er da irgendwas lädt oder so. Von Monstern her. Aber so weit? Na ja. Ja, du bist ja jetzt in der Nähe, ne? Aber ich bin schon ganz schön weit gelaufen. Chunk ist Chunk, den du lädst. Der lädt ja von kompletten Chunk, von oben bis nach unten hindurch. Na ja, trotzdem. Keine ganze Zeit durch den Dschungel. Ich bin ja noch nicht hingewiegen. Aus, als ich gerade geguckt habe. Oh, gleich zu Ende. Ja. Und ich hüpfe die ganze Zeit immer noch fröhlich durch. Schokolade. Oh, Schokolade. Ich glaube, so langsam endet der Dschungel, oder? Jetzt gehe ich mal ein bisschen quer. Es wird dunkel gerade. Mal schnell hinlegen noch schnell. Und, 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 und. Ich habe geschafft, mich hinzulegen, dass es hell wurde. Oh mein Gott. Ja. Der hier konnte schlafen. Ja. So, Leute. Dann heißt es wieder bis zum nächsten Mal bei Spark Challenge. Tschüss. Tschüss.